So meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dingsbums Let's Play Together Super Mario 64 beim letzten Akt. Ich habe euch mal ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht. Und wollen wir mal gucken, ob ich das irgendwie schaffe oder nicht. Genau, wir haben jetzt auf jeden Fall nur noch Bowser offen und den letzten Powerstern. Genau. Und dann haben wir es aber geschafft, dann haben wir alles durchgerotzt. 120 Powersterne, Bowser hat dreimal in die Nats getreten und dann verkloppt man noch Yoshi auf dem Dach, würde ich sagen. Am Anschluss. Jupp. Habe ich das Geheimnis schon erzählt oder diese düstere Story? Nö, ne? Von Mario oder was? Nee, von Yoshi. Ernsthaft, da? Du hattest irgendwie zum Anfang? Ja, dann können wir ja nochmal. Ja, hau einfach nochmal raus. Das weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. So, Bowser, jetzt gibt es erstmal. Ich bin auf dem Weg. Your princess is in another castle. Gumbi. Boah, der Endboss Gumba. Macht mehr Schaden als Bowser. Irgendwie, wahrscheinlich. So richtig zufrieden bin ich noch nicht mit der Steuerung. Oh, wie süß. Ach, das will mal ein Schnapper werden, wa? Ah, da unten auf dem Boden. Hast du gesehen? Ja. Genau, da. Die Dreckssäcke, ne? Man merkt's. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt den mittleren Monitor genommen, der weniger Herz hat als Dingsbums. und einen anderen Controller. Irgendwie, gefühlt, gefühlt läuft das jetzt alles flüssiger. Okay. Also die Steuerung ist nicht mehr ganz so klobig. Ich kann mit den Joysticks, mit dem C, äh, mit den Dings... Ja, aber merkst du, du kommst besser durch. Skill ist vorhanden. Oh. Lol. Gut. Boah. Wieder alles Glück der Welt aufgebraucht. Die Flamme hier ist aber auch mies. Wie soll man das denn schaffen? Jetzt klappt das auch mit dem Vor und Zurück. Warum hältst du das nicht fest, du Arschknödeldödel? Ne, das... Och, Mann. Das hat man können. Was? Wie die Energie auf Null tickt. Alter, unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich Dingsbums, ähm, dass der mich da noch trifft, während ich an der Kante stehe, aber gut zu wissen. Oh, das ist ein hässliches Gesicht, ey. Ja, ne? Sieht aus wie der... Ja, der guckt wahrscheinlich... Hat bei mir wahrscheinlich zugeguckt und ist voll am Abkacken. So wird der niemals zu mir kommen. Hallo. Ja, irgendwie, äh, habe ich jetzt keinen Sound bei der Übertragenden, aber ist ja nicht schlimm, ob es auch bei dir auch Sound ist. Ähm, ja, das liegt daran, dass ich, ähm, jetzt nicht Projekt 64 streame, sondern OBS, wie du siehst, damit du das Layout komplett mal siehst. Und OBS selbst, ähm, hat ja keine Dingsbums. Ja, da war ja was. Hat ja keinen Sound. Dann ist das natürlich für dich auch umswitchen. Nö, nö, passt schon. Alles klar. Ich glaube, in den alten Mario ist das mal... Da hat man öfter an Goombas gestorben, als am Bowser. Der erste Goomba, der ist, glaube ich, Finn. Äh. Oder hier rot... Hier 100 Münzen holen, ey, das wäre echt asozial. Ich meine, die roten Münzen sind ja teilweise schon echt asozial. Ja. Vor allem in den Bowser-Stellen, äh, Bowser-Strecken. Oh, er wieder! Oh, diesmal schafft er's. Ja. Der Typ ist so eine Nachbar. Oh, oh. Oh, Mann, was soll das denn? Es ist doch so eine Last. Alter, dass sie das Flamm-Ding da hingesetzt haben. Das ist schon echt, ey. Das ist der Hass. Das ist Hass. Ist aber ein Tiefslag. Das ist so ein Tiefslag. Ja. Ah, Mann. Aber der Bowser begrüßt dich nicht, ne? Normalerweise sagt der immer in dem Bowser-Läufe... Hö, 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 schaffst du es nicht. Aber hier geht ihm die Muffe, dem Lümmel. Der weiß, dass sein Ende bevorsteht. Ja, der weiß aber auch, dass er wiederkommt. Die ersten anderen Mario-Spiele. Seht ihr schon mal Mad Mario angeguckt? Mad Mario? Ja, schon uralt, ey. Da ist er echt sauer auf dem Bowser. Macht voll die Peach fertig. Es gibt sogar einen richtig coolen Germ-Fan-Dub von. Es gibt natürlich auch dementsprechende Mist an Übersetzungen. Aber bitte? Ja, ja, klar, YouTube. Nee, nee, das ist kein Mario-Hack oder so. Das ist so eine Parodie. Es gibt ja auch Metal Gear Awesome zum Beispiel, wo irgendwie so ähnlich... Ich glaube auch... Nee, ich glaube nicht. Ja. Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Er hat damals echt reinkommen. Ja. Ich glaube auch, der hat von meiner Lieblings-YouTube-Serie die Dickfigures synchronisiert. Also diese Strichmännchen, Blue and Red. Dann kommen dann so Sprüche her wie so... Oh, ich besorg's dir die ganze Nacht, Baby. Ich bin nachtaktiv. So, jetzt achten. Flucht. Halt schon nicht durch. Warum? Ach man, das ist doch unglaublich. Das ist dein Mortal-Enemy da oben. Es ist wirklich der Hammer, ey. Es ist immer dieselbe Stelle. Und dann kannst du auch nichts machen, ey. Du drückst den Controller bis zum Geht nicht mehr und es interessiert den einfach nicht. Ich seh uns schon wieder auf elf Leben droppen. Nur wegen dieser einen Flamme, ey. Das ist doch... Habe ich letztens erst geguckt, die erste und zweite Staffel von Digimon. Digimon, das stimmt. Es geht, es geht. Das kannst du... Ich sag's mal so, ich bin ja jetzt überhaupt kein Hasser von den ganzen neuen Sachen, aber ich weiß nicht. Ich kann mit den anderen Digimon teilen. Also Digimon, die erste Staffel, ja. Digimon Adventure 1. Digimon Adventure 2 war auch noch ganz cool. Ja, ja, ja. Dann kamen Temas oder so. Temas, damit konnte ich schon gar nichts mehr anfangen. Das wurde mir dann einfach nur noch irgendwann zu weird. Digimon Fronter, wo die Kittis sich selbst in Digimon verwandelt haben. Die war noch in ganz Ordnung, muss ich sagen. Die hat mir noch ganz gut gefallen. Aber Digimon Fusion, Data Squad und was weiß ich. Das ist wie mit Yu-Gi-Oh! So, die Serie an sich, man sagt immer, die Serie war nicht so toll oder so, aber so diese Ägypten-Reihe fand ich doch ganz gut. Also da, wo es halt noch um diese ägyptischen Göttermonster oder so gegangen ist, hat mir noch gut gefallen. Aber danach, was danach kam, also später dann, die Zwischenstaffel mit den virtuellen Welten war auch noch in Ordnung. Das war halt eher so eine Filler-Folge, wo man gedacht hat, okay, passt schon. Ähm, dann später, als dann der Geist des Pharaos in die Ägypten-Welt reingekommen ist und die anderen auch, um denen irgendwie zu helfen. Das war auch noch in Ordnung, fand ich. Das hat auch noch so ein bisschen, hat noch den Geist der ersten Story so ein bisschen aufgegriffen. Aber so ab Yu-Gi-Oh! GX und der ganze Kram, da muss ich schon sagen, okay, ich weiß nicht, da fehlt mir der Bezug dazu. Vielleicht war ich dann auch einfach zu alt dafür. Nicht getreffen lassen. Du hast auch wirklich keine Möglichkeit, hier abzuhauen. Warum wackt denn der da im Eck rum? Springen wir das Geländer, genau. Oh, Mario, endlich! Aber ich hab so das Gefühl, hier fehlen noch Münzen. Fünf rote Münzen. Alter. Och nee, nee, nee! Warte mal. Ja, ernsthaft. Ja, aber fünf ist schon viel. Aha. Dass da einer kommt, wusste ich irgendwie. Da hinten? Oh. Yo! Oh, yo! Außen nix! Was gibt's dir? Oh, da ist ein Herz. Was ist ein Glück? So. Musst du ein bisschen kommentieren. Ich versuche mich jetzt einfach hier ein bisschen zu konzentrieren. Da oben ist ein Schräger. Du musst aufpassen, ja? Also, um nochmal kurz das Thema von vorhin aufzugreifen. Ich hab Digimon aber auch nur oder Yu-Gi-Oh! hab ich auch nur so die ersten zwei Staffeln gesehen. Ja. Und dann war ich aber auch irgendwie raus, weil... So, ich weiß halt nicht, warum die Leute da so über Yu-Gi-Oh! immer so meckern. Also für mich gab's ja immer so ein Dingsbum, so ein gewisses Trio. So ein gewisses Anime-Trio. Ja, ich bin ja... Da gab's halt nicht so viele, nicht so viel wie heute als wir. Wir sind ja ein relativ ähnliches Alter, würde ich sagen. Ja. Ähm, da gab's halt nicht viele. Aber so Pokémon war für mich halt so der Anfang. Aber Story-mäßig haben sie es einfach nicht drauf gehabt. Entschuldigung. Aber so ist es einfach. Der Anime ist von Pokémon, ist immer noch in meinen Augen für den Arsch. Er war schon lustig, aber... Ja, aber du hast damit nichts... Große Story hast du da jetzt erwarten können. Ähm, auf jeden Fall... Ach, willst du da auch für ein Story bauen? Ja, ich mein... Ash will seine acht Orden, will irgendwie Liga-Chef werden und Misty rennt ihm wegen dem Fahrrad ewig hinterher. Also ja. Und Rocco kriegt nie die Augen auf und weiß noch, was er sein Leben machen soll. Ah, unter der Treppe. Ja, ich erinnere mich. Unter der Treppe. Wie unter der Treppe? Unter welcher Treppe? Hier, unter der Treppe, direkt vor dir. Da musst du... Stell dich mal auf die Treppe und drehe dann die Kamera ein bisschen. Oh, ist der mies versteckt. Ja, den weiß ich noch. Ja, den weiß ich noch. Naja, auf jeden Fall. Digimon, klar, ich muss halt sagen, wenn Pokémon zuerst er war, hat Digimon viel kopiert. Aber... Die Dingsbums. Die Serie von Digimon war genau... War eigentlich richtig... War aber geil. Das hatten sie Pokémon voraus. Ansonsten... Was gab's da noch im Trio? Ja, Yu-Gi-Oh! Halt. Die Story war so mittel... Der Anime selbst war so mittelmäßig. Die Spiele von... Yu-Gi-Oh! Waren jetzt nicht so geil. Aber das Kartenspiel. Dass du den Bezug dazu hattest. Das war einfach mega. Was du mit sammeln konntest, genau. Und ja. Aber was halt Pokémon an den beiden einfach voraus hat, die... Die Spiele. Gerade diese portablen Spiele für die Handhelden. Also Gameboy oder... Ähm... Switch und allem. Das ist einfach der Hammer. Das... Da muss ich Pokémon echt nicht verstecken. Das haben sie einfach drauf. Die Konsolenspiele selbst... Sind jetzt nicht so... Ja. Also ich hab auch mal Pokémon Stadium gespielt. Das war halt ein... Hä? Controller, hallo! Ganz schnell drehen. Ganz schnell drehen. Achso. Ähm. Der kriegt auch Drehwurm, der arme Kerl. Ja, aber der dreht sich nicht schneller. Das find ich ein bisschen komisch. Naja. Auf jeden... Noch schneller? Ich weiß nicht, ob das noch schneller geht. Ja. Bröcke ein Stück von Pokémon. Achso, ja. Genau. Naja. Auf jeden Fall... Ähm... Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm... Ja. Bei Pokémon, die Spiele... Die Konsolenspiele find ich gar nicht so geil. Ich hab ja auch Kolosseum und so kram. Das war halt... Da gab's ja... 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 Ja, die waren... Weiß nicht. Ah, das hat mich jetzt auch nicht so... Von... Von... Von Fenster... Das war halt irgendein... Irgendein Kackspiel mit dem Namen Pokémon. Hab's ja nicht gemacht. Ja, das kann man so nicht sagen. So, Bowser, komm her. Ja, das hat die Frage, wie oft man das machen muss. Aber der Gauner, der macht auch später... Es klappt doch einfach nicht. Es ist so eine Last. Normalerweise verlieren die doch Dingsbums. Hallo? Normalerweise schon. Ja, das will ich ja die ganze... Ja, das macht er schon nach einer Weile, wenn du weit genug bist. Und genau das will ich hier eigentlich erreichen. Dass er halt mal... Zu mir rennt. Und dich umruft? Ja, normalerweise... Ja, so ganz so schnell... Reagiert das Ding nicht, wie ich das will. Das ist noch ein Leben. Na, komm. Oh nein. Das ist mal wieder eine Welle. Bowser, du sollst zu mir rennen. Oh Leute, das wird spannend. Ich kann ja den gucken. Warum? Hä? Was soll denn das? Not. Ich meine, du siehst ja, dass ich direkt nach vorne drücke. Und dann sollte der normalerweise auch direkt rennen. Aber der braucht immer so... Der braucht immer noch ein bisschen Zeit. Der Mario fängt ja voll langsam an, ey. Oder du machst so einen Rückwärtssaldo. Das würde auch funktionieren. Ich gucke jetzt nochmal beim Controller-Plugin, ob da irgendwas drin steht. Es ist nur noch der Bowser, da haben wir es echt durch. Ja. Drei Kreuze. Schon wieder ein Spiel, was ich nur wegen dem Slagzi durchgespielt habe. Ist wirklich so. Ich habe jetzt mal vor allem gestern meine alten CDs mal ausgeräumt. Und da habe ich gemerkt, dass ich mir damals wirklich, als du mit deinem Let's Help Ocarina of Time gespielt hast, habe ich wirklich Dingsbums. Da war ich mal, glaube ich, ein, zwei Wochen im Urlaub oder so. Und da habe ich mir wirklich die Videos von YouTube runtergezogen und habe die auf CDs gespeichert. Damit ich mir das angucken kann. Weil, ja, weil unterwegs hat man halt kein Internet, ne? Das ist scheiße. Jo, jetzt lässt er Münzen liegen. Guck ihn dir an, den Gauner. Ob man da nochmal 100 Münzen kriegt? Ja, zwei Tore eigentlich. Aber ich glaube, das Problem liegt einfach daran, dass er irgendwann einfach keine Münzen mehr fallen lässt. Jetzt hast du ihn aber am, am, am Schwanz. Komm. Aber diese blauen Flammen lässt er ja zur Not auch fallen. Blaue Flamme! Aber die hören ja gar nicht mal auf, da rumzuliehen. Nö, nö, die gehen bis... Die haben... Natürlich voll rein. Ich wusste gar nicht, dass er diese Renn-Attacke hat. Jetzt wusste ich nicht noch. Ach, Bosa, heute noch. No, weißt du? Boah, der hat aber echt Zielwasser gesoffen. Das stimmt. Ich glaube auch, der verfolgt dich so lange, bis er dich trifft. Oh, der war aber direkt ins Gesicht gepudert. Jetzt wird's spannend. Jeder hat nur noch ein Leben gewonnen. Oh, jetzt... Oh, jetzt macht er diesen Stern, ey. Ja. So, komm, Flämmchen. Jetzt geht's los. Oh, oh, pass auf. Ja, ja, das sind die... Die Flammen sind die, die Münzen hinterlassen. Ja, die blauen springen auch so edelhaft. Ist aber ein knappes Eisen. Mag ihn einfach nur tot. Ja, das ist mies. Och, nee. Ich hätte ihn noch gekriegt, aber das habe ich mir irgendwie fast gedacht. Aber dann habe ich auf dich gehört. Die Kampfen sind so hässlich runtergeflogen. Hast du deinen Controller mit Kabel verbunden? Oder... Ja, mit Kabel. Das könnte sein, dass es bei mir der Fall ist, weil ich denk's, bumm's... Ich will auch keine... Ich will auch keine Funkmaus oder so oder Funktestatur oder so. Ja, Funkmaus ist mir auch zu blöd. Aber bei... Weil da ist immer irgendwas. Da ist immer irgendwas. Kabel, da hast du zwar ein bisschen Kabelsalat, aber den kriegst du gemanagt. Aber es gibt nichts Schlimmeres. Wenn du mitten am Zocken bist, ist die Funkmaus leer oder der Akku ist leer oder die Batterie ist leer. Ja, oder es funktioniert immer scheinbar. Ja, es geht aber nicht. Also das ist nicht so das Problem, finde ich. Aber das Problem wahrscheinlich gerade bei Emulatoren oder so, dass genau das halt passiert. Dass zum Beispiel, wenn Mario längere Zeit steht, dass er dann irgendwie... Irgendwissen... Ja, ja, ja. Och, ne! Alter Schwede, ey, das ist doch mies. 20 Minuten für so einen Kack-Bause, ey. Und ich muss natürlich voll reinrennen. Oh, das ist das Leben, was am Ende fehlt. Ich sehe das Schande. Juppen! Oh! Okay. Ja! Immer so knapp! Was soll das denn? Oh, Mann, da kriegst du doch Plack. Alter, du schiebst ihn dir mal näher ran. Weiß doch das. Ja, was du denn? Dass du dir immer nur ein Stückchen näher ran wirfst, da hinten an die Kacke. Ja, da hinten fliegt man auf dich zu oder kommt. Naja, so ein bisschen. Jetzt steht er gut. Jetzt hol ich ihn dir. Oh, jetzt ist ein A. Lol. Der Farsch. Wenn er auf deine Flamme zu kotzen wolle. so lieber slow mo er kommt nicht zum springen die bombe links naja ich wollte eigentlich geradeaus aber ich schaff das irgendwie ist bei n64 titeln ist meine reaktionszeit wie total komisch also beim bowser wie jedes mal wenn ich den schleuder ich lasse an dem punkt los wo ich eigentlich nicht loslassen wird und dann klappt er das kriege ich ja auch noch normalerweise bin ich in solchen schätzungen sachen eigentlich sehr gut wasser hier lang kaum normalerweise bin ich in solchen sachen eigentlich sehr gut aber bei mario bei 64 ja ich weiß es echt nicht was was das ist ich kann auch nicht erklären warum ich nervös bin oder ob einfach irgendein delay drin ist weil es halt ein emulator ist oder was weiß ich ja jetzt lässt lässt er da los wo ich wollte eigentlich da loslassen dass der zweimal hintereinander springen wenn da jetzt noch eine bombe während dem stachel das wäre gut das war zu alter es ist doch unglaublich ich treffe den fotzen digger doch nicht alter der springt halt immer in die mitte soll ich mir erst mal ein bisschen leben controller wechsel hat schon geholfen jetzt ist nur noch dieses schitz problem ja jetzt hast du komm noch dreht sich zu schnell ich ihn aber auch der unterschied ist wenn er wieder ja ja okay kann man noch retten kann man noch retten direkt mit der backe drangehauen jetzt ist er sauer kommt der muss jetzt sitzen okay ich glaube da wolltest du nicht hin aber es hätte trotzdem klappen können oh mario ernsthaft es ist doch eine last es ist so eine last irgendwie habe ich die steuerung habe ich bei 64 die steuerung problematisch ich weiß noch nicht warum ist so geh ran an den speck holen ja ich will ihn jetzt hier hinten hinlocken jetzt auf dich zu und was ja darauf lasse es ankommen macht aber nicht aber da hinten ist doch auch eine bombe na komm warum springst du denn ich ich warte ja drauf dass der dingsbums macht ja auch nein nein nee es ist doch unglaublich warum ist meine einschätzung so extrem im arsch hier aber der kommt der kommt der kommt ich mache es spannend kommt bitte 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 ja ja und jetzt runter springen endlich ich glaube es nicht du hast mich besiegt wie konnte das nur geschehen meine meine truppen die sterne alles umsonst war es es gab insgesamt 120 sterne im schloss zu finden dann habe ich wohl einige bei meiner suche übersehen jetzt geht der frieden zurück in die welten der gemälde was für ein fürchterlicher gedanken so kann ich mich so kann was das kann ich mir nicht länger ansehen ich verschwinde so was so long so long bis zum nächsten mal ich komme wieder oder so lang was weiß ich keine ahnung hau ab du scheißkerl so auf dem großen sternchen reiten wir jetzt nach hause gott sei dank halleluja der härteste bauterkampf den ich je gesehen habe auf jeden fall alter ich werde dafür so gehasst wie er ne voll schlecht ey graf schämlichen grund und boden und wetze mit dem arsch und roden über den asphalt blank bitte ja das war super mario 64 auch auf meinem channel mal gekommen ähm viel dank für deine für eure geduld und für deine geduld vor allem slaxi das gab ja schon die ein oder andere ähm ja interessante reaction den ein oder anderen interessanten part oh grausam es ist so grausam gewesen das spiel also selbst spiel super aber gut vielleicht hätte ich vorher schon mal den controller wechseln sollen man hat schon gemerkt die gründe waren nicht unberechtigt so peach wenn du das nächste mal gefangen lässt dann bleibst du da wo du bist das ist aber der weltbeste kuchen jetzt auf jeden fall ey so ein schokokuchen mit brownie teig und lecker zucker und marzipan aber solange ich nicht wie slaxi bin und bier und marmorkuchen esse ja das passt ja eben marmorkuchen beste und bier ja schön getrunken bier in eine schale und dann den kuchen rein den kuchen der kuchen so ein bisschen mit der gabel klein gepresst bisschen bier drüber so dass es eine masse wird und dann per infusionsschlauch direkt in die blutlinie und es ist alles dank zu dir danke wir haben eine überraschung für dich was denn noch mal 120 sterne oh ein küsschen von der peach auf die nase ich denke wie viele leben der mario da rum geeiert hat wir sind drei dutzend mal gestorben drei drölfzehn jahren mal hört alle her lass uns einen leckeren kuchen backen ey peach wenn du jetzt keinen für mario wenn du jetzt keinen guten kuchen backen kannst dann sperre ich dich wieder ein und sagt bauer hier nimm alles was da ist tschüss ich habe keinen bock mehr ja übelste sorte wer hat übrigens wieder das wasser da reingemacht wir haben den kram so schön leer gepummelt ja wir haben das voll geschwitzt ja das ist alles spätestens in dem letzten level oh man ich war zwar schon unter der dusche aber ich werde gleich nochmal gehen da ist er der bonbon könig der war ja noch einigermaßen human und die welt ging ja auch noch es ging alles noch ja war jetzt ähm ja okay die welt ging auch noch der alkano der schnelle pinguine auch schlache pinguine der hat uns auch ein paar maroner geworfen ja aber der war noch in ordnung finde ich ach ja das häuschen ach ja war schon schön wunderbar oh mein hartes level mit dem loch hier oh der wickler schön wunderbar ja an sich sehr sehr schönes spiel ich ich sag ich wünsch mir ein schönes remake von super mario 64 original story mit einem etwas neueren grafik auf der switch vielleicht eine etwas knackigere und spielerfreundlichere kamera und knackigere steuerung aber ansonsten ist es so an sich okay dieses level dieses haslevel es ist so eine ja ich krieg schon auch schwerstens abgefuckt ja das eigentlich auch so ein bisschen dieser scheiß schneemann ey leicht ein bisschen überarbeitet aber ich muss ganz ehrlich sagen so mario 64 von der story her muss da echt nichts muss man nichts hinzufügen da geht es nicht um die story da geht es einfach mal in final fantasy macht ja auch sämtliche spiele einfach remaken ein bisschen erneuern und zack boom ein bisschen kohle rausgauen das kann man mit super mario 64 auch machen ja warum nicht ich meine mittlerweile ist dieses remake trip sowieso gefühlt in meinen augen insgesamt dieser tendenz zu remakes ein bisschen übertrieben ich meine residue hat ja auch permanent irgendwelche remakes raus letztes jahr war es risi 2 jetzt ist es risi 3 vielleicht gibt es ja irgendwann risi 4 remake ja ja erfolgreich wird was es sicherlich wird weil es einfach nur den hype vom zweier noch mitnimmt ja und wie gesagt final fantasy hat ja auch permanent remakes raus final fantasy crystal chronicles soll auch dieses jahr irgendwann als remake rauskommen leider nur für die switch soll aber weil das final fantasy crystal chronicles haben sie in meinen augen ein bisschen verkackt auf der gamecube weil das war ein super koop spiel oder ist ein super koop spiel weil du halt da mit vier leuten zusammenspielen kannst und einer hält dann immer so abwechselnd den kelch eine zauber der andere verteidigt und so weiter und so fort eigentlich ganz cool das problem allerdings was sie verkackt haben auf der gamecube ist dass sie das so kompliziert gemacht haben du brauchst ein gmo advance und ein linkkabel um das zu machen ok da kannst du nicht einfach vier controller anschließen und feuerfrei dann wäre das nämlich ein halt die fresse mario ha 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 vielen dank ende so und jetzt hallo jetzt geht nichts mehr jetzt musst du resetten doch nie mhm hat er wenigstens gespeichert ich das habe ich mich damals auf dem 64 auch immer gefragt aber ich glaube schon aber auch was auch auf dem emu speil es ist tja ja weil ich würde kein joshi noch eine auf umgegeben oben auf seinem schlösschen ja gucken wir mal naja auf jeden fall das haben sie halt bei ähm Dingsbomus Final Fantasy Crystal Chronicles für die gamecube halt verkackt ja weil das wäre halt perfekt gewesen vier controller anschließen spaß haben feuerfrei ähm das war halt bisschen doof dass du halt extra so ein gameboy linkkabel brauchtest und dann vier advance das war halt so ein kläglicher versuch noch ein bisschen das war damals das Problem bei pokémon ja ja das war halt so dieser versuch da irgendwie durch schöne spiele das Dingsbomus rein zu hauen zu sagen okay du musst dir den shit jetzt nochmal dazu kaufen chavis chavis jo 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 so da ist er der Drecksack der Gauna der Stiefel äh Bad Story Yoshi will eigentlich sterben will vom Dach springen hat aber so viel Leben bekommen und weiß net und hat kein Bock tausend mal aufzustehen deswegen wenn wir mit dem sprechen dann musst du auf dem reiten können das wär geil da gibt's ja beim Sanstein macht's labert immer mhm der gibt dir jetzt all sein Leben und springt dann in die Tod macht er wirklich der springt jetzt hier und dann ist er weg und ja düstere story das soll der selbstmord von joshi sein ja geil sind wir den grünen klostein endlich los und jetzt ist er weg und wir haben 100 leben gibt es da noch irgendwas ich habe mir das schloss von oben noch nie so richtig angeguckt da hätte man da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können ja auf der anderen seite du hast endlich durch was willst du noch machen naja auf jeden fall ja das ist halt so ein bisschen die das was halt so ein bisschen schade ist ja ich habe früher gedacht die gibt es noch ein verstecktes level im wasserfall das mal so dieses oder gerade den 121 sternen bekommen hier und es ist so eine es gibt es einfach nicht fertig es ist das was er wieder draußen das verdammt hat der joshi mit seinem mit seinem sprung vom dach so ein loch so ein plumpes kleines dings haben es macht nie ja auf jeden fall final fantasy crystal chronicles soll dieses jahr noch als remake für die switch rauskommen mit online funktion dass es mit vier leuten auch online spielen kannst da bin ich mal gespannt das würde ich mir sowieso schon mal zulegen ich mir alles zulegen und ja bin ich halt mal gespannt wie gesagt final fantasy 7 kommt kommt jetzt als remake raus und final fantasy 7 gibt es normales remastered und das original und ich weiß nicht so mittlerweile höre ich von mehr spielen die immer remake werden wo ich mir denke okay aber irgendwann muss ist man es auch überdrüssig irgendwann ist man es auch satt mit diesen ganzen remix es gibt ein paar leute die sich das wünschen und das wird dann halt wieder bis zum unendlichen ausgereizt das finde ich ein bisschen schade alles klar so dann würde ich sagen wir haben mal geschafft leute bis dahin zu sehen danke fürs zu sehen macht's gut bleibt sauber kommentieren abonnieren liken nicht vergessen falls gewünscht auch gerne irgendwelche wünsche oder so raushauen mal gucken wenn ihr irgendwie noch mal was von slugs wie mir zusammen sehen wollten müssen wir halt mal gucken je nachdem was ich gewünscht wird vielleicht lässt sich das noch mal einrichten tendenziell eher nicht so vielleicht so als gast noch mal irgendwie so zwischendurch nebenher mal ein bisschen quatschen so ein richtiges so ein richtiges let's play together jetzt eher nicht aber auch nicht mal zwischendurch mal gesehen da sind halt echt lange lücken drin ja dann habe ich mal wieder was anderes zu tun dann ist mal keine zeit dann ist da mal wieder irgendwas und dann zieht sich ja gut wie gesagt meine einstellung dazu kennt ihr ja aber so gast auftritte oder sowas oder vielleicht mal irgendwie dass man sagt okay wir gucken suchen uns jetzt ein kleines game raus was man beim stream zusammenspielen ist ja auch möglich oder so naja war auf jeden fall cool danke da noch mal an dich ich hoffe danke auch an dich ich hoffe du hast dich dazu nicht genötigt gefühlt weil ich habe immer so das gefühl dass du dich so ein bisschen genötigt gefühlt hast du dem projekt weil ich dir mit heroes my magic geholfen habe habe ich so mal sagt das lag sie jetzt ja weil er sich dazu verpflichtet fühlt oder hat er wirklich bock drauf also mario mario reizt nicht immer also gegen das gute alte mario weil es ja auch kann habe ich nie was gegen okay ich meine ich habe ich eh schon ewig nimmer gemacht oder also auch mal wieder zeit alles klar und ja mal gucken vielleicht kommt irgendwann mal super mario sunshine bei mir da muss ich halt mal gucken wie es mir der videoqualität ist dann hole ich den sexy sowieso noch mal ins boot das ist aber logisch dass wir das machen machen gemütlichen gast auftritt labern noch eine runde gucken uns sunshine an ja natürlich immer wenn das lag sie zeit hat nämlich dann einfach auf fertig vielleicht hat ja dann der bau ist generell noch mal bock zu mal gucken also dann die leute macht's gut